Hallo! Das kleine Status Update von meiner Seite im Taverno. Ja, ich weiss, es ist schon lange lang 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 nichts mehr gelaufen auf meinem Channel, aber so soll es ja nicht sein. Ich habe immer wieder nach einem Projekt gesucht, um weiter zu machen, aber ich habe einfach nichts gefunden. Aber jetzt geht es weiter. Und zwar mit dem Dying Light. Zwar nicht den, den ich letztes aufgehört habe, weil der Spielstand ist nicht mehr so ganz, wie ihr soll. Der tut nicht mehr. Und mit der Schrotie habe ich auch nicht ganz so viel Zeit gefunden. Nun ja, was soll's. Weiter soll es ja gehen. Und wie machen wir weiter? In einer neuen Konstellation. Und zwar mit dem Drog King, Manolu, dem Spanky und meiner Wenigkeit. Ich glaube, es wird eine lustige, glatte Zombieschlacht mit viel Chaos und weiss ich nicht was noch alles. Also, bis doch dabei, wenn es demnächst heisst auf dem Channel. Good Night. Good Luck. Bis bald. Sali.